Ja ihr Lieben, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau heute am 12.07.2022. Ich habe mich jetzt für dieses Camp Trail Bild entschieden, was man mir netterweise im Lauf des Tages zugeschickt hat. Also nicht nur das eine. Und das darf natürlich auch nicht vergessen werden. Denn was da, ich nenne das jetzt hier bewusst, das ist ja dann der Himmelskollohaust. Ja so kann man das sagen, Himmelskollohaust, richtig. Was da, das läuft ja am Rande auch immer weiter ab und überhaupt. Aber es gibt natürlich noch weit mehr Beiträge, die einem die Haare zu Bergen stehen lassen oder die Berge zu Haare stehen lassen. Tja, könnt ihr dann gerne wieder schauen bei VK, bei BitChute, bei Odyssey, bei Rumble. Und ja, kommt dann zur gewünschten Lieblingsplattform, wo ihr euch dann am wohlsten fühlt. Und ja, könnt auch gerne den Trailer teilen, das ist auch kein Ding, den weiter verbreiten. Dann vielleicht bis gleich. Tschüss.